Ich bin's nochmal. An der Stelle soll nochmal gesagt sein, dass das Projekt Marionette natürlich auch von Spenden von euch lebt. So wie wir alle begeistert sind, wollen wir euch in Zukunft auch damit begeistern, dass auch ihr ein Teil davon werden könnt. Also helft uns, unterstützt uns und wir sehen uns garantiert am 02.02.2020.